Hi Leute und Willkommen zu einer weiteren Runde Endergames. Und zwar haben wir in der letzten Folge die Punkte, die 20.000. Na guck, vielleicht die Punkte waren aber awesome. So, dann... Susina, Tracker... Ich weiß gar nicht wo der Zielsucher ist. Doch da. Zielsucher! Er bekommt sogar den Gegner weniger als 14, hat Schnelligkeit 3 und Stärke 1. Das ist awesome. Ich hab's gekauft. BAM, Junge, Alter. Du hast Zielsucher gekauft und ausgeregt. Jo, ich würd' sagen, diese Runde wird auf jeden Fall genommen, weil ich das jetzt gekauft habe. Ich hab noch nie mit sowas gespielt. Heißt, es kann genau gut sein, dass ich voll fail werde. Aber ich mein, die letzte Runde war auch einfach so spontan, weil ich mir so dachte, Ey, yo, ich brauche noch 600 Coins. Dann müsst ihr doch erst so. Ey, yo, ich brauche noch 600 Coins, dann knacken wir das. Ähm, ja, ich bin wieder alleine. Schaut euch die letzte Folge an, da rede ich, glaube ich, noch ein bisschen, bevor ich mich richtig konzentrieren muss. Um hier ein bisschen einzuräumen. Na, kommt. Hey, danke. Na, voll die Verschwendung der Schnelligkeitstrank. Hm, aber egal. Okay, was haben wir? Ah, da kommt ja direkt der Nächster für mich. Also, Schnelligkeitstrank, der nächste Spieler. Na gut. Ist mir im Moment noch relativ egal. Ja, ich kann meinen Eisenschwert machen und das direkt enchanten. Ja, ich würde das machen, ja. Sieht nämlich nicht so gut hier in den Nachkisten aus gerade. Wasser, ich höre jetzt noch was. Aber ich befürchte, wir werden hier so schnell nichts finden. So. Enchante, Enchante. Wer? 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 Wer da sind jetzt Dias? Dann hau ich mich. Okay, Moment, Moment. Obwohl, ne, komm, Dias, kommt, 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 Dias, kommt, 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 kommt. Ah, okay, schade. Ich möchte das Kit gerne ausprobieren. Wie sieht es bestimmt voll aus? Okay, komm, 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 komm. Ah, okay, schade. Na gut, Ranturitsch kann ich die sich ja erstmal jetzt betteln lassen. Hätte mich da immer nicht bemerkt, Alter, jetzt bin ich jemand. Danke. Was? Ganz ehrlich, Leute, was war das jetzt? Also entweder der war Zielsuche oder er hat ganz gewaltig Deckt. Der hat mich gewonnen, jetzt von neuem Herzen. Fuck, Alter. Egal, wir gehen direkt in die nächste Ende. Ähm. Alter Schwede. Und den anderen hat der ja dann auch noch so, oder so, oder so. Der muss Zielsuche gewesen sein, wo er jetzt ganz gewaltig ist. Ist ja übertrieben. Wow. Okay. Ja gut, aber ich meine. Ich hab's versucht. Ich hab den einen ja ganz gut weggelegt jetzt, aber... Ich hab einen Schlag verpasst. Aber dann dieser zweite. Oder war das der sogar? Weil wenn der das war, dann hat der gehackt. Weil es kann nicht sein, dass der nicht Wann hättet. Also... Na ja gut. Ich werd's mir denke ich nochmal anschauen. Eventuell hab ich ihn Repairn oder ich schau's nach... Äh, ich hoff... Und... Das sind zwei... Ich würd' sagen Technikern sind hier sogar glaube ich die besten Kids. Der Torben hat die sich ja schon gekauft. Und... Soweit ich weiß, holt er sich jetzt auch noch einen Hai. Ich hab schon versucht den zu erreichen, aber der will nicht. Das ist ein bisschen traurig. Ne, der will auch nicht. Der geht nicht an das Handy dran, doch. Äh... Kannst... Wow, ist geht los. Ups, das tut mir leid, Leute. Ich war jetzt gerade voll abgelenkt. Uppala. Das war natürlich ziemlich dumm. Piff, Piff. Mhh... Kacke aber auch. Alter, nein. Was war das denn? Piff. Ähh... Torben, Alter, ich hasse dich. Und er antwortet mir noch nicht mal. Ich... 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 Weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich würde... Ich würde gern mit Torben eine Runde spielen. Und dann hinterher so einen finale Techniker gegen... äh... Zielsucher. Weil Torben nimmt eigentlich immer Techniker. Ähm... Genau, der will sich High kaufen. Weil er dann auch ein wasserstarkes Kit hat. Also wir haben super geile Runden gespielt. Ähm... Leider hab ich... Irgendwie... Keine Ahnung... Ich... Ich... Ich hatte das irgendwie ein bisschen privat zu tun. Besonders... Weil wenn es eine familiäre Runde in der Himmelhammer... Äh... Zuweist ein Familienangehöriger gestorben und so. Dann war Beerdigung... Alles... Ähm... Stammt mir halt auch sehr nahe. Deswegen... War das ein bisschen blöde. Ähm... Deswegen kann man auch die Bedwurst folgen. Hauptsächlich ohne mich. Ich hoffe ihr könnt mir das so verzeihen. Das hört sich jetzt wieder voll ernst an, Akta. Ich fühl mich schon wieder richtig gefühlt. Oh man... Komm schon... Eins... Was? Snack! Oh ja da haben wir den Stärkohlen zu boost. Stärkohlen zu boost. Oh... Ist kein... Dann töten wir jetzt direkt ein Känguru mit unserem geilen Kiet. Mit unserem geilen Kiet. Wieso bekomme ich keinen Speedboost? Wieso bekomme ich keinen Speedboost? Ganz im Ernst? Alter... Was soll der Mist? Ich habe einen Speedblock eingesammelt. Ich fange den Spiel an. Der hat einen Speedboost. Oder? Ach... Alter... Oh... Der hat wenig Leben. Oh ja. Das gefällt mir. Hallo Typ. Mann Alter... Jetzt hör doch auf weg zu rennen. Du bist doch schon gerade weggelaufen. Du langweiliges Känguru... Kackenmüllvieh. Oh... Ist das slow. Im Ernst? Ich habe ja noch nicht mal Holz gefarmt, oder? Doch habe ich sogar. Ich habe es nur wieder verdrängt. Naja... Der hat wenig Leben. 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 Oh... Nein! Ausgerechnet jetzt leckt es... Guckt euch das an. Echt jetzt? Wir töten ihn und werden getauscht. Mann... Ich will das Spiel nicht mehr. Das ist ja kack, ey. Ich mag das nicht, wenn ich so reportet werde. Was ist das? 51... Okay, er hat auf jeden Fall über 5 Herzen. Weil... Sonst würde ich hier einen Speedbus bekommen. Alter, das kann nicht wahr sein! Wie es weckt! Ist ja jetzt... Ernsthaft hier unter der... Ach Tom... Das ist das Känguru! Willst du mich ver... Das kann nicht sagen, wie schlecht ich schließe. Schieße. Gucken wir mal, wer das checkt. Nein! Und das verstehe ich auch noch, Alter. Ich muss dann landen. Weil er ja kein Känguru ist. Ich muss dann landen. Okay. Ah... Ich hoffe mal, die Aufnahme bricht jetzt nicht ab. Aber ich denke mal, sie sollte nicht erbrechen. Das wäre dann ja scheiße. Ich kriege den einfach nicht. Der ist die ganze Runde nur am Weglaufen. Was macht der denn? Der ist doch schon Känguru. Der soll es mal wenigstens versuchen. Ich bin auch nichts. Ich sagte... Mann. Wow. Ja, ich geh gleich drauf, Gordon. Ja, ich bin tot. Okay, Leute. What? Haben wir den jetzt gerade ernsthaft geklatscht? Oder war ich... What? Ich geh mich... Heilen, heilen, heilen. Los, heilen. Ja, ich, ich, ich... Ach, Torben, Spectator. Sorry, Torben. Ich kann jetzt gerade ganz, ganz schlecht schreiben. Ich bin mitten in der Aufnahme. Nein! 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 Wir können nicht aufmdrehen. Ich hasse mein Leben. Ich hab wieder an die aufgepasst. Nein. Ich bin noch nicht aufs Geld gegangen. Ähm. Okay, Leute. Ich würd sagen, das war's dann. Erstmal vielleicht... Ich nehm mich vielleicht noch meinen Traum auf. Damit es drangehängt. Denk ich, man wünscht nicht zu lange. Ansonsten... Ich hab' noch mal zwei Applosen. Ich hab' noch mal zwei Applosen. Ich hab' noch zwei Applosen. Und ja, dann nehmen wir uns ein neues Video. Soll ich mich zum Reden und so habe ich mir noch eine Fassung gefragt. Und... Dann... ...dann... 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 Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Wunderender Games. Mit mir und dem Rob diesmal. Da ist auch... Hey Leute! Äh... Ich bin das Kid. Zielsucher und der Torben auf keinen Fall. Äh... Das weiß er nicht. Äh... Das weiß er nicht. Wir gehen uns irgendwie immer aus dem Weg. Also nicht targeten oder so. Tja! Ich hab' gewonnen. Ich hatte mich einmal in meiner Anfangstruhe. Äh... Das Schwörder. Schon wieder. Aber jetzt hab' ich zwei Eisen gefunden. Ist ja immerhin etwas. Sonst hätte ich mir wieder ein scheiß Holzschwert machen müssen. Man, ich hab' nichts. Aber ich bin auch... Ich bin auch in letzter Zeit öfter mit Holzschwert wunden noch. Zum Beispiel die gerade, die ich gerade gewonnen hab. Das war auch am Anfang hatte ich nur ein Holzschwert. Nein! Ich bin so ein Behinderter. Warum hol' ich mir denn erst den Lava-Eimer? Ich behinderte Stück, Alter. Wieso? Was waren da noch drin? Ja, Eisen und ein Dia. Und der hat sich jetzt ein anderer geholt, oder was? Ne, ne. Die Tour ist weggegangen. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Der denkt, wenn man die Truhe plays, dann könnte man, kann man nur ein anderes Kit auswählen. Cybertron. Wie ein Team. Alter. Ich möchte die Sachen verdienen, der ist Känguru. Jetzt ernsthaft, du willst den Eiskit umbringen? Ach, das ist Tobi. Ein richtiger Ruhmbrunnen. Man, jetzt bleib doch stehen, du Känguru. Boah, der nächste von mir ist 88 Blöcke entfernt. Was ein Zufall. Nein, aber jetzt muss ich so weit laufen. Ach, da ist er ja, der kommt mir entgegen. Er ist aber freundlich. Oh nein, er hat eine gute Rüstung. Eine sehr gute, eine Lederrüstung, nämlich. Hat denn keiner hier essen, Alter? Ich möchte gerne regenerieren. Oh, der hat wenig Leben. Das sehen wir an unserem Speedboost. Da haben wir ihn. Boah. Den, den habe ich gut weggekommen, Boah. Nein, das bist du. Ich hätte dich beinahe gekillt, Junge. Du hast mir nicht leben, ne? Ja, habe ich. Sag was für ein Kind, du bist oder? Du bist gekillt. Ähm, okay, komm her. Warte, komm mal mit. Komm mal mit, ich brauche deinen Geschwindigkeitsbooster. Dann kann ich noch ein paar Leute killen. Oh, nee. Da sind wir, nee, Tobi, da mache ich nicht mit. Tut mir leid, jetzt. Ich muss schnell in mein Zuhause. Ein Helm. So, jetzt bin ich nämlich wieder voll. Und jetzt enchante ich ein tolles Schwert. Haltbarkeit. Ja, beste Verzauberung in der Geeklimits. Alter, hat der mir jetzt gerade meine Sachen gesnackt? Ich wollte ihn leben lassen. Alter, das war zu viel. Wer denn? So ein Kack-Zielsucher-Typ oder so. Ach, Minu. Ach, ich tracke dich. Sag bitte, wenn du getauscht bist. Ich nicht. Ich, ich tracke BVB. Oh, ich wurde getauscht. Kack, Alter, ich hasse den. Jetzt auch Zielsucher. Ist es wahrscheinlich, oder? Boah, jetzt kann ich einem hinterherlaufen. Zielsucher, Junge, Alter. Das geht ja wohl nicht ab. Boah, den habe ich gekonnen mit dem Schadenskrank gekillt. Das war gut. Das, das, das macht Spaß. Ach, Tobi. Na gut, Leute. Das war aber eine ganz gute Runde so mit Kürzen. Ja, jetzt spectaten wir den Turm. Der Turm ist natürlich high. Wie ich gesagt habe. Hey, das habe ich aber gerade auch schon angedeutet, als ich gesagt habe, ich muss schnell in mein Zuhause. Ja, ich höre dir nie zu. Ach, okay. Egal, wir sind gegen einen mit fast voll Eier und gestorben mit zweieinhalb Herzen und haben den noch gut gehittet. Ja, den kann ich platt haben. Ich glaube, wir haben mindestens fünf Killed. Ich habe keine Ahnung, soll ich bei Ender-Gensen Kill-Counter immer hinzufügen? Ist ja bestimmt auch cool. Ahnung. Ist mir egal. Ich glaube, das mache ich. Ich habe nicht die Arbeit. So, ich gucke, ich logge den BVB-Shooter jetzt nämlich an. Ja, der hat mich gerade gekillt, da vorne. Da kommt, oh, jetzt wurde er getauscht. Den kann ich auch so erledigen. Da liegen überall meine Sachen und so. Oh, du hast ja einen Diaschwert gehabt. Das nehme ich hin. Ja, ich hatte, sonst hatte ich eigentlich nur einen Eisenbrustpanzer, Eisenschuhe. Jetzt kill den doch eben, Alter. Äh, nein, ich habe ja Schwäche draußen. Guck mal, was für ein Loob das ist, Alter. Ja, aber ich habe Schwäche draußen, ne? Alter, was? Hä? Dann lock den. Oh, fuck, jetzt habe ich die. Lass den dich einmal hitten. Boah, okay. Warte, warte, bleib stehen, bleib stehen. Nein, nein. Die meisten denken jetzt einfach, ich will weg, sie ist jetzt gegnern. Warte, warte, warte. Und jetzt umdrehen. Jetzt ist er weit genug vom Land entfernt. Boah, jetzt packen. Ja, die Typen, die nerven so, die ihre Pfeile werfen, weil die zu schlecht sind, sich einen Bogen zu craften. Hm, okay, gucken wir uns mal die Gegner an. Ja, das war klar, Alter. Der Pen hat mich gekillt. Na gut, aber wir sind Gegner. Mann, ich habe die Eisenschuhe immer noch nicht, aber ich habe sieben Dias. Okay, aber ich kann mir keinen Crafting-Table machen. Hä, ist doch egal, du killst alle so. Ja, aber... Über 200 Blöcke. So, jetzt brauche ich schnell Holz, dann kann ich mir so einen Crafting-Table machen, dann mache ich mir eine Dias-Rose und Eisenschuhe oder so. Aber ich meine, die Runde war ganz gut, da liegt ein Geschwindigkeitsblock, falls du einen brauchst. Ne, der funktioniert beim Hai irgendwie nicht, der ist verbuggt. Der funktioniert gar nicht, bei mir nämlich auch nicht. Ach so, okay. So, ja, dann liegt es... Ach so, ja, bei mir auch nicht. Dann liegt es vielleicht... Problem mal ohne Schwert, bitte. Ähm, wo ist er denn? Ich sag dem Tauben, das ist nur kurz, weil wir das auch noch... Aber hier ist auch eine Wand. Nein, ich muss mir im Wasser suchen. Ich habe Angst. Warum kommt der? Nein, aber ich muss craften. Ähm, so, ich hoffe, ich werde jetzt noch... Vielleicht einfach so im Wasser stehen. Äh, jo 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 jo. Riecht er sich. Nein, er steht auch an der Kiste, Alter. Sehr gut, das haben wir. Das wird ein spannender Eck. Außer der ist dumm und lässt sich auch ans Wasser locken, dann wird's unspannbar. Das haben wir auch. Weil du musst dich echt einmal von solchen Gegnern hinten lassen, damit die so... Volle Eisenrüstung und Dias-Rose habe ich jetzt. Also, Gold-Ham, aber der ist ja quasi Dias... Äh, Dias... Äh, Eisen. Wäre ich jetzt der? Na, und würde so einen Crafty-Tarrier sehen, Leute. welches gibt es ja irgendwie denken dass der ein wasserkit sein könnte nee das und dann kann mit dem bogen kann der torben schnell down gehen nein kann ich nicht habe ich schon oft genug habe ich schon oft genug gegen welche ist nicht unbesiegbar im wasser ja nee aber schwer zu besiegen ich brauche einfach einen größeren fluss da bin ich hundertprozent sicher hängst du den jetzt wenigstens ich muss kurz den schluss suchen ich habe ja außerdem ja 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 jetzt stehen hier ist es den einmal lässt sich einmal hinten meine ich und springst dann da runter er kommt ja zu mir ja wenn du wieder geportet wird er bleibt nämlich auch nur an seiner stelle sowieso an der kreide kommt nicht stimmt okay spektakten voller eisenrüstung wird es eisenrüstung mit dir ich doch einfach so als würdest du nicht sehen und jetzt oh nein da ist er und ein und ein und ein und einfach einmal hinten und dann folgt er dir so folgt er mir auch überraschung komm her komm in mein reich komm da ist nicht dumm der typ doch ist siehst du es behindert man warum habe ich kein ab in mein reich freundchen alter was hatten wir alles für tränke was hat er was hatten wir alles für tränke ich habe ein halbes leben verloren aber alter ich komme nicht an ihn dran moment ich hole mir jetzt auch ich habe im anderthalb leben habe ich verloren warte ich habe doch okay aber mehr tränke habe ich auch nicht ist stark auch jetzt hör doch auf mit der scheiße merkst du nicht dass ich dadurch kaum leben verliert jetzt geht er drauf ne geht er nicht alter der hat echt der heftig wo lebt er denn jetzt komm doch kommt ihn an land ich habe schwäche ich mache mit einem dierschwert irgendwie zwei herzen ja und der hat auch die generation alles ja ich habe nur ein typ ist aber schlau weil jetzt noch ein guter spieler ja känguru ja okay okay oh ja jetzt hat der torm verschießt nein ich habe ein wasser einmal du schlau kopf ja dann geh doch auf ihn drauf und plante den super der super geplantet worden jetzt glaube ich noch immer nicht gecheckt dass du heil bist okay wer jetzt nicht checkt dass ich heil bin der ist echt falsch auf dieser welt man ich muss mir mein wasser einmal holen was soll das für ein endkampf werden jetzt kommt doch ja endlich alter kommenter bitte kommenter ja ja ich komm nicht so wird das gar nicht geschrieben oder das wasser kam wie wird eigentlich wie wird eigentlich techniker geschrieben so wie ich es geschrieben habe wird es so geschrieben wie ich geschrieben habe ich habe das wort gesagt das muss jetzt eigentlich zensieren man ja komm doch wenn 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 ich halt auch wenn jetzt der verzauberungs tisch weg schade naja ich meine dm hast du ja verschissen ach ich habe einen bogen das ist ja wunderbar okay leute hier wird dann wahrscheinlich ein zeitreffer reingehauen weil es sehr low ist mein gott es wird nacht wenn unsere stimme jetzt so richtig behindert sind naja du kannst sie doch einfach raus machen nö warum nö warum oh getroffen du du oh gott nö wenn er jetzt alter wie dumm ist der typ der baut der muss einfach nur dein wasser einmal zu bauen ja wenn man keine blöcke in der unteren inventar leiste hat ist dort einfacher gesagt ja wieso du gehst doch nicht auf ihn drauf ja das stimmt schreib doch du bist Delfin Delfin aber dann würde ich ja meine technik nutzen wow das hat mir jetzt so viele leben abgezogen sag doch dass du Delfin bist einmal bitte nein was ich kann jetzt so nicht schreiben dass ich Delfin bin ich kämpfe gerade Tobi der killt dich so eh nicht das siehst du ne ganz im ernst der killt dich eh nicht jetzt schreib der dann weg ja ich muss eben regenerieren weil also essen schreib mal okay okay ja was okay jetzt was ist okay schreib doch mal dass du Delfin bist bitte alter der checkt schon was ein Delfin kann und was ein Hai kann mach doch einfach einmal bitte bitte ich bin Delfin Delfin na was gibt's denn zu lachen ja was denn sonst ja warte ich bin wenn Tobi so kann ich ihn jetzt nicht fragen dann macht er mich eben schnell kaputt ja jetzt kann ich ins Wasser schubsen ich mach so wenigstens weg wenn du dich einmal hielt ich hab einer ich hab Hälfte der Leben Tobi jetzt getraut der ist unter dir wo ist er auch so da geht er mit dem Bogen drauf doch ich will einfach mal die Umgebung ja hier passiert ja eh nichts ja hier passiert ja eh nichts ja hier passiert ja eh nichts ok pass auf jetzt jetzt geh ich drauf wie haut man eigentlich einen Zeitraffer rein komm komm runter ähm zeig ich dir ja für eine bestimmte mit Camtasia ne ja 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 genau mit Vegas kann ich äh muss ich es auch noch angucken wie es geht ich habe Zeit ich auch frag mal ob es ein DM gibt weil ansonsten geh drauf oder ich geh in eine andere Runde und ich bin Partylieder nein das wirst du nicht ich mach dir erst klar ja dann geh einfach drauf alter hab ich mein Schwert eigentlich verzaubert ne hab ich frag mal ob es DM gibt gibt's DM Fragezeichen hat der mich überrascht der ist unten der ist unten ja nein aber jetzt mit seinem Scheiß Kengu nicht raus ach das gibt's doch nicht es geht doch drauf halt du hast voll live er hat vielleicht Hälfte ja aber ich mach eben äh mit meinem Dia Schwert richtig wenig damage draußen und seins ist verzaubert komm schon du komm muss ihn nein ich kriege ihn nicht siehst du ok schade ja Leute egal ähm 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 dann sehen wir uns in einer anderen Runde bis gleich bis gleich bis gleich